Einen schönen guten Abend und herzliche Grüße aus dem Haus der Begegnung an Sie alle zum jährlich wiederkehrenden Gedenktag, 27. Januar und in dieser Form natürlich ungewöhnlich, deshalb freuen wir uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Dieser Abend wird interessant, er wird sicher auch nachdenklich sein, ob der Bezüge zum Jetzt und Heute, er wird aber sicher auch in vielerlei Hinsicht informativ sein. Deshalb herzlich willkommen auf diesem Weg und schön, dass Sie mit dabei sind. Und bei der Gelegenheit möchte ich dem großen Team, das hier im Haus der Begegnung ein Fernsehstudio aufgebaut hat, ganz herzlich Dankeschön sagen. Der 27. Januar ist ein Gedenktag, der in Zeiten einer Pandemie uns wieder ermahnt, wachsam zu sein. Zu erinnern heißt ja, sich zu fragen, was das für heute und morgen bedeutet. Und wenn wir uns umschauen, dann ist gesellschaftlicher Zusammenhalt, was hält uns zusammen? Dann ist die Frage, sind wir solidarisch mit allen denen, die in dieser Pandemie es besonders schwierig haben. Aber auch die Frage, wie gehen wir mit Verschwörungstheoretikern um, die krude Fantasien haben oder mit Menschen, die Corona-Leugner sind, in den harten Fällen eigentlich gegen unser gemeinsames demokratisches Gemeinwesen angehen. Vieles in Frage stellen, was unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben ausmacht. Deshalb gilt es umso mehr, wachsam zu sein, auch in den nächsten Jahren, weil viele Schwachstellen auch in der Gesellschaft sind jetzt offenbarer. Wir werden es nachher hören zu Wohnsitzlosen, Obdachlosen. Diese Schwachen sind jetzt die, die am meisten unter dieser Pandemie leiden. Wir sitzen, Sie sitzen im Wohnzimmer, haben was zu essen, es ist warm und im Übernachtungsheim warten die Leute vor der Türe und wollen hinein und sind natürlich genauso gefährdet wie alle andere, nur unter viel schwierigen Bedingungen können Sie mit dieser Pandemie umgehen. Wachsam, Menschenrechte und wenn ich die Worte Volksgemeinschaft und Asoziale höre, dann friert es mich, wie Sie auch. Deshalb Wachsamkeit heißt auch mehr denn je, wirklich ernsthaft über die Frage des Gemeinsamen, des Zusammenlebens zu sprechen, in der Familie, im Freundeskreis, aber auch bei solchen Veranstaltungen. Dafür ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Wir haben ja am 9. Mai den 100. Geburtstag von Sophie Scholl und wer die missbräuchliche Nutzung der weißen Rose der letzten Monate sich angesehen hat, der ist empört wie wir auch, aber es fordert uns eben auf, etwas zu tun, genau daran, nach draußen zu gehen und diese Dinge auch offensiv zu vertreten, nicht nur zuzuschauen, sondern was zu tun. Zuletzt, wenn es um das Thema Asoziale gehört, um Unnütze, Mitesser und diese Worte, die Sie nachher auch hören werden, ist mir ein gutes Beispiel eingefallen. Wir haben ja jetzt den 250. Geburtstag von Albrecht Ludwig Bärblinger gefeiert und bei Bärblinger muss man wissen, es gibt ja in Ulm schon Jahrhunderte die Hospitalstiftung. Bärblinger ist bitter verarmt und dort dann untergekommen. Er wäre ja auch einer von denen gewesen, die unnütz, die ins KZ gekommen wären, wenn man ihn in diese Zeit, in diese Nazi-Zeit übersetzt hätte. Und heute widmen wir dem Bärblinger ein ganzes Jahr von Jubiläen und loben und finden ihn klasse als jemand, der gescheitert ist, der visionär war und der vieles von dem, was wir heute selbstverständlich erachten, miterfunden hat, erfunden hat, Geschichte geschrieben hat. In diesem Sinne wünsche ich einen interessanten, einen nachdenklichen, aber auch einen inspirierenden Abend, der uns animiert, wachsam zu sein, aber auch selber etwas zu tun. Dankeschön, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Auch einen guten Abend von mir. Vielen Dank für Ihr Interesse an dem heutigen Thema. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben über die Verfolgung einer Gruppe, die in unserer Erinnerungskultur bisher eine geringe Rolle spielen. Sogenannte asoziale, eine marginalisierte Opfergruppe. Ich versuche dabei auch, anhand von lokalen Quellen die damalige Situation in Ulm mit einzubeziehen und möchte mich an der Stelle auch dafür bedanken, dass die Vorbereitungsorganisation und auch das Dokumentationszentrum Oberoi Kuberk mich bei diesen regional spezifischen Vorbereitungen unterstützt hat. Die als asozial Verfolgten werden häufig als zur Gruppe der vergessenen Opfer zählend bezeichnet. Und das ist seit den 90er, 80er Jahren ein aufgekommener Begriff, gerade von Zivilgesellschaftlichen Initiativen, die darauf hingewiesen haben, dass neben politischen Verfolgten, den Jüdinnen und Juden, den Homosexuellen sowie in Sinti und Roma auch sogenannte asoziale und bis heute auch andere weniger beachtete Gruppen wie die sogenannten Berufsverbrecher unter den NS-Verfolgten waren. Sie hatten bis dato keinen Platz in der Erinnerungskultur, weder in der Bundesrepublik noch in der DDR. Diese Menschen, die als sogenannte asozial verfolgt wurden, war mit einem Stigma belegt, mit einem Stigma, das es ihnen massiv erschwerte, von ihrem Schicksal zu sprechen. An ihre Zeitzeugenschaft bestand zudem auch kaum Interesse. Somit traten folglich nur sehr wenige öffentlich in Erscheinung und das Stigma wirkte stark weiter. Es verhinderte auch, dass es zu Interessensvertretungen kam, die für ihre Rechte eintraten. Erst in den 1990er und 2000er Jahren erschienen erste biografische Recherchen zu dieser Gruppe. Und diese Verfolgungsgeschichte beruht auf längeren Traditionslinien der sozialen Ausgrenzung, die auch schon lange vor dem Nationalsozialismus begannen und danach auch nicht endeten. Der NS-Staat griff die Praktiken der sozialen Ausschlusses auf und versuchte massiv gegen als sozial abweichend angesehenes Verhalten vorzugehen. Zu dieser Devianz zählte traditionell die Wohnungs- und Obdachlosigkeit, verbunden mit dem Betteln, sogenannte Landstreicher und andere als selbstverschuldet wahrgenommene Erwerbslose, traf die schweren Vorwürfe der sogenannten Arbeitsschollen und bei Prostituierten dazu noch ein Verstoß gegen die geltende Sexualmoral. Die sozialen Grenzen der Zugehörigkeit zogen tagtäglich sowohl die Polizei auf der einen Seite als auch die Fürsorge auf der anderen. Die Repression gegen Erwerbslose und als Diviant angesehenen Personen begannen aber eben nicht erst mit der Machtübertragung einer Regierung unter Adolf Hitler 1933. Schon in den Jahren der Weltwirtschaftskrise mit ihrer massiven Massenerwerbslosigkeit erhöhten die Behörden den Druck durch den in der Krise befindlichen Sozialstaat. Es läutet bereits die Radikalisierung, die dann folgen sollte, ein. Wir müssen uns die Situation so vorstellen, Obdachlosenasyle überfüllt, dass die Wohnungslosigkeit ein Massenphänomen ist. Sie können hier jetzt ein Bild eines Berliner Obdachs sehen, eines Obdachs, in dem tagtäglich Tausende die Nacht verbrachten. Die Situation war in den Großstädten dramatisch, aber auch zum Beispiel in Ulm. Zum Beispiel in der Unterkunft, die Herberge zur Heimat genannt wurde, übernachteten allein 1933 16.500 Personen. Am Franziskanerkloster wurden 51.000 Portionen Armenspeisung in diesem Jahr ausgegeben. Die Personen, die dies erhielten, sind meist namenlos. Ich möchte aber hier eine Person erwähnen, die mit deren Schicksal enger verbunden ist. Und zwar Gregor Gog. Sie sehen auch sein Bild. Er ist 891 geboren, lernte den Beruf des Landschaftsgärtners, wollte in die Welt hinaus, landete dann im Ersten Weltkrieg bei der Kriegsmarine, wurde zum Anarchisten und zum Kommunisten, reiste in der Welt umher, von Brasilien bis in die Sowjetunion. Und auch in Deutschland zog er von Ort zu Ort und gründete die Bruderschaft der Vagabunden, quasi eine Bewegung von Ausgestoßenen, die er auch mit seiner Zeitschrift der Vagabund und dem Vagabundenkongress 1929, den er mitorganisierte, zum Thema machte. Er machte dabei zum Thema ihre Not und nun auch die Unangepasstheit dieser Menschen ohne festen Wohnsitz. Damit war er klar ein Feindbild der Nationalsozialisten. Am 4. April 1933 kam er in die sogenannte Schutzhaft, kam ins Konstruktionslager Heuberg und dann ins Konstruktionslager Oberau-Kuhberg. Er trug erhebliche gesundheitlichen Schäden davon, auch eine Wirbelsäulen-Tuberkulose wurde unter andes wegen im November 1933 entlassen. Er floh über dem Bodensee, über die Schweiz, dann bis nach Russland, wo er unter den schweren Lebens- und Arbeitsbedingungen 1945 verstarb. Diese nationalistische Verfolgung war noch vorwiegend aus politischen Gründen. Aber von Anfang an strebten die Nationalsozialisten auch ein Vorgehen gegen arme Menschen an. Viele scharfe polizeiliche und fürsorgerische Instrumente standen ihnen bereits zur Verfügung. Zum Beispiel kriminalisierte das Strafgesetzbuch bereits bestimmte Phänomene der Armut. So waren Betteln und Landstreichen strafbar. Daneben existierten Regelungen zum Arbeitszwang, zur Anstaltsunterbringung und Entmündigung für die Fürsorgebehörden. Auch gegen Prostitution konnte trotz einige Liberalisierungsansätze der Weimarer Blick mit dem Strafrecht vorgegangen werden. Eine recht große reichsweite Verhaftungsinitiative mit einem massiven Vorgehen gegen Bettler stieß jedoch nicht das Reichsinnen- und Justizministerium im NS an, sondern zunächst das neu geschaffte Reichsministerium für Propaganda. Das Propagandaministerium verbannt ihre geplante Spendenkampagne unter dem Namen Winterhilfe unmittelbar mit einer geplanten Verhaftungswelle gegen Wohnungslose. Die längst auf NS-Linie befindlichen Medien begleiteten die Verhaftung mit einer entsprechenden Kampagne. Sie werden jetzt eine Zeichnung sehen, die sich Ballade des Gewohnheitsbettlers nennt. Auf den ersten Bildern erkennen Sie eine typische Darstellung eines offensichtlich armen, bettelnden Menschen, der dann schon im zweiten Bild als offensichtlich wohlhabend dargestellt wird. Also hier bedienten sich die Nationalsozialisten dem Motiv des schmarotzenden Bettlers, der in Wirklichkeit gar nicht arm ist, sondern das nur vorspielt. Und wenn die Bilderreihe weitergehen, ist dann das letzte Bild und das zeigt einmal einen Stereotypenarbeiter aus NS-Sicht mit geschulterten Spaten vor einem Stacheldraht und hinter diesem Stacheldraht dieser Stereotyp dargestellte Bettler und oben angedeutet Konzentrationslager. Die Botschaft war hier sehr klar, es drohte Lager, wenn Menschen bettelten. Die erste Verhaftungswelle lief dann Mitte September im gesamten Reichsgebiet. Insgesamt waren es wahrscheinlich mehr als 10.000 Personen, was die neue Intensivität der Verfolgung von in dem Fall bettelnden Menschen ausdrückte. Die Kapazitäten der Haftanstalten waren aber begrenzt, darum wurden die meisten auch relativ schnell wieder entlassen. Aber diese sogenannten Bettler-Razzien läuteten eine neue Kooperation von unterschiedlichen Behörden ein, um repressiv gegen unliebsame Personen vorzugehen. Mit dem Vorwurf der sogenannten Asozialität und der sogenannten Arbeitsscheue belegten nationalistische Behörden ab dann unterschiedliche soziale Gruppen. Es handelt sich dabei immer um eine Fremdzuschreibung, sodass die Asozialen als Gruppe nur durch die nationalistische Verfolgung selbst existierten. Vielfach reiten Polizei und Fürsorge nur Personenkreise aneinander und etikettierten sie als sogenannt Asozial. Besonders stark betroffen waren davon folgende Gruppen. Menschen ohne Wohnung, insbesondere wenn sie auf Betteln angewiesen waren, Langzeiterwerbslose und Personen, die keinen Unterhalt zahlen wollten oder konnten, Arbeitsunfähige, Krankungen oder Drogenabhängige, dann noch Personen, sogenannte Landstreiche, andere Personen, die auch wegen kleinen Delikten straffällig geworden sind, dann auch als sogenannt als Gegenbild zu der ordentlichen, gründlichen Idealbild einer sogenannten deutschen Arbeit angesehen wurden. Das Gegenbild war diese sogenannte Asozialität aus Sicht der Nationalsozialisten. Allerdings beruht der Begriff, die haben eine klare Definition, sondern änderte sich immer wieder und es war auch gewollt. Es erhöhte die Handlungsspielräume für diejenigen, die entschieden wäre, zu dieser Gruppe gehören sollte. Die betroffene Gruppe verbannt es, dass sie aus der sogenannten Volksgemeinschaft, die rassisch rein sein sollte und keine Klassbeschiede mehr kennen sollte, ausgeschlossen werden sollten. Dieses Ziel drücken auch andere Begriffe wie gemeinschaftsunfähig, gemeinschaftsfremd, die später noch aufkamen, besonders aus. Es beruht alles auf ein Konzept von eugenischen Vorstellungen, dass eine vermeintliche Minderwertigkeit von Menschen vererbbar sei. Und dazu sehen wir jetzt ein weiteres Schaubild, was ein NS-Propagandabild ist, was dieses sozial-rassistische Denken illustriert. Wir sehen einmal einen hellen, einen dunklen Balken und es ist so, dass der dunkle Balken immer weiter anwächst und der steht in diesem Bild sinnbildlich für Personen, die Einbrecher seien, die Prostituierte seien, die sich herumtreibende Jugendlichen seien. Und auf der anderen Seite wird gezeigt, dass die, meine ich, guten Deutschen immer weniger werden. Das ist die Grunderzählung dieser sozial-rassistischen Verfolgung. Es ist so, dass ihm vorgeworfen worden, dass sie sich stärker fortpflanzen würden, deshalb gegen sie vorgegangen werden müsste, dass sie viel Geld kosten würde und dass das nicht zugelassen werden dürfte. Und dazu griffen Nationalsozialisten zu weitgehenden Mitteln. Zum Beispiel zur Mitte der Zwangssterisation. Hier gab es auch in Ulm nur ein Beispiel, wo rein die Gründe von Obdachlosigkeit, von Betteln, von kleineren Straftaten zur Zwangssterisation führten. Das war zum Beispiel Fridolin T., wo zusätzlich noch angegeben wurde, dass er, dass sein Vater bereits im Gefängnis war, also die Vererbung nochmal betont wurde. Und es sollte auch mit diesem sozial-rassistischen Vorgehen eine Botschaft auch an die Bevölkerung in Ulm gerichtet werden. Das sieht man auch immer wieder, dass das durchaus öffentlich stattfand. Nehmen wir zum Beispiel den 9. Februar 1935 im Ulmer Tageblatt, wo betont wird, dass eine Person in Haft genommen wurde in das KZ Oberau-Kuhwerk, da er die Unterstützung, Zitat, in zweifelhafter Gesellschaft durchgebracht, also verschwendet hätte. Es geht hier um Eugen Grüner, der später im KZ Mauthausen ums Leben kommt. Das Ulmer Tageblatt führt dort weiter aus, Zitat, Diese Maßnahmen sollen sich anderer, sie sind der Polizei bekannt, zu ernsten Warnungen dienen lassen, denn es ist ein Verbrechen an Familie und Volksgemeinschaft, Unterstützungsgelder und Gaben des Winterhilfswerks zu vergolden. Und hier wird auch deutlich, dass diese Verfolgung im Wesentlichen regional vorangetrieben wurde. Nach dem Wettler-Razzie 1933 waren es vor allem die regionalen Ebenen, die das ohne Anweisung von einer Zentralverwaltung, ohne einem Führerlass oder so vorantrieben. Dabei nahm die Sozial-, Jugend- und Gesundheitsfürsorge eine Schlüsselrolle ein. Dieser Bereich war auch ein Bereich, der den meisten Geld des Haushaltes, zum Beispiel einer Gemeinde, in Anspruch nahm. Deshalb entstand ein enormer Kostendruck und es wurde versucht, Menschen aus Unterstützungszahlungen heraus zu drängen. Ein Mittel dazu, auch in Ulm, war die sogenannte Pflichtarbeit. Sie verlangte von den Fürhilfszahlungen eine Gegenleistung. Es war so, dass dieser Arbeitszwang einmal erziehen sollte und auf der anderen Seite Personen durch den Druck aussortieren sollte. Ähnlich verfuhren auch zum Beispiel Arbeitskolonien, in denen Unterkunft und Versorgung an Arbeitsleistung geknüpft war. Ähnliches findet sich von Hamburg bis Stuttgart im gesamten Reichsgebiet. Ein Beispiel in Ulm. Wilhelm Hummel, 1885 geboren, ein Hilfsarbeiter, verheiratet. Er wurde vorgeworfen, dass er regelmäßig zu viel Alkohol trank. Und ihm wurde vorgeworfen, dass er mehrfach der Aufforderung nach der Pflichtarbeit nicht nachgekommen ist. Und daraufhin fiel das Urteil verheerend, ja, seine Rechte als Mensch absprechend, verheerend aus. Schrieb der Bürgermeister, Zitat, Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass es sich bei Hummel um einen als assozialen Menschen schlimmster Sorte handelt, dem über die Anwendung der wirksamsten Mittel zur Bekämpfung dieser Menschen zur Verfügung stehen notwendig ist. Eine massive Drohung. Ähnliches wurde in vielen Regionen versucht, Personen massiv unter Druck zu setzen. Zum Beispiel in Bayern wurde ein registriertes System der sogenannten Wanderfürsorge aufgebaut. Das heißt, in dem Personen ohne festen Wohnsitz, zum Beispiel in einer Anstalt wie in Herzogsäck-Mühle, wo wir jetzt ein Foto sehen können, das auf dem Appellplatz dieser geschlossenen Anstalt aufgenommen wurde, wo Menschen unter Arbeitszwang massiv unter Druck gesetzt wurden und schlimme Bedingungen ausgesetzt waren. Und diese als sogenannt assozial ausgemachten Personen drohten geschlossene Anstalten unterschiedlichster Art. Eine davon waren die Arbeitshäuser, die eigentlich ursprünglich zum Umsetzen der Industrialisierung, zur Disziplinierung der Bevölkerung schon Jahrhunderte vor den NS eingerichtet wurden. Und diese werden jetzt nochmal reaktiviert von den Nationalsozialisten, um dort als sogenannt assozial Stigmatisierte zu internieren, sie durch dessen Arbeitskraft auszubeuten und sie da auch in diesen geschlossenen Anstalten an der Fortpflanzung zu hindern. Diese Arbeitshäuser gab es überall im Reichsgebiet. Wir können jetzt mal unterschiedliche sehen, zum Beispiel eines in Breitenau, dann eines in Berlin-Rummelsburg und noch das für den Bereich Württemberg Zuständige in Feyingen beim Schloss Kaltenstein, was zum Beispiel 1843 eingerichtet wurde. Es ist so, dass das grundlegende Prinzip dieser Anstalten Arbeitszwang war. Das lässt sich auf diesen beiden folgenden Bildern erkennen. Bei den Propagandabildern zu solchen Arbeitshäusern, hier ein Beispiel aus Berlin, wären Menschen immer irgendwie in Arbeit dargestellt, was auch schwere körperliche Arbeit war, die sie erziehen sollte. Arbeit, die dann wieder geschlechterbezogen war, zum Beispiel jetzt hier Holzarbeiten bei Männern, dann auch unterschiedliche Feld- und Nähearbeiten bei Frauen. Es ging hier nicht um irgendwie eine Ausbildung, sondern es ging darum, quasi unter Arbeitszwang Menschen vermeintlich die Lust auf Arbeit zu geben, was eine ziemlich absurde Vorstellung ist. Es entstanden aber auch neue Arbeitsanstalten im NS. Auf dem nächsten Bild sehen wir Buttenhausen, was auch für die Region hier wichtig ist. Seit 1935 wurden dorthin Personen verlegt auf Antrag der Wohlfahrtsämter hier in Ulm und dort auch unter Arbeitszwang eingesperrt. Zum Beispiel waren das die Personen Albert Bernlöhr, der 1912 in Ulm geboren ist. Er war gelernter Schreiner, auch verheiratet und ihm wurde säumige Unterhaltszahlungen vorgeworfen. Er kam 1936, 1937 in diese Anstalt Buttenhausen und sollte dort erstmal auf unbestimmte Zeit bleiben. In der Regel galt erstmal eine Bekennzung auf ein halbes Jahr. Oder auch Max Bröckel aus Ulm, der schon bereits 1933 aus politischen Gründen in Konstantionslagern war und dann 1936 wieder dort eingewiesen werden sollte. Und es in dem Fall in der Entscheidung der regionalen Behörden lag, ob das geschehen sollte und ob das zunächst auf Bewährung wieder entschieden ausgesetzt wurde. Das zeigt nochmal die Bedeutung. Es wurde regional vor Ort entschieden. Es war jeweils die Stadt, die Kommune zuständig. Und diese vertraten dabei wirklich sehr repressive Ansichten. Zum Beispiel heißt es in dem Schreiben der Stadt Ulm von 1936 auf eine Bitte, dass ein Ehemann wieder entlassen werden sollte, dass es schließlich eine sogenannte ausgesprochene Erziehungsmaßnahme sei und die ihn wieder an Dauerarbeit gewöhnen solle. Eine euphemistische Darstellung solcher Zwangsarbeit. Dafür kooperierten die Fürsorge, die Polizei, die Justiz, die Gesundheits- und Arbeitsämter, um Personen auszuwählen, die als sogenannte asozial gelten sollten. Dafür waren diverse Absprachen dieser Stellen nötig, die dann, es hieß zeitgenössisch, rechtschöpferisch, also ohne rechtliche Grundlage Personen in solche Anstalten einwiesen. Und da wird deutlich, dass die kommunale Fürsorge so als Triebkraft dieser Verfolgung in den Jahren der Vorkriegszeit fungierte. Und sie baute eine Art völkische Wohlfahrtsdiktatur, auch wie es in der Forschung genannt wird, die darauf beruhte, Gewalt gegen Auszuschließende anzuwenden für ein vermeintliches Volkswohl. Es ist so, dass es deshalb auch die Täter und die Täterinnen auf der regionalen Ebene zu suchen sind. Wenn wir uns das jetzt für Ulm ansehen, dann haben wir einmal die Rolle der Polizei. Konkret Wilhelm Dreher, den Sie auf dem Motiv jetzt auch sehen können. Der ist 1892 geboren und lebte bis 1969. Er war ursprünglich Werkzeugschlosser, war auch mal zeitweise Sozialdemokrat, bis er 1923 in die NSDAP eintrat und dort relativ schnell Karriere machte, 1928 im Reichstag für sie saß, auch 1930 in die SS eintrat, die Gemeinderat war und auch 1933 Staatskommissar für Ulm und Oberschwaben wurde. Und damit verbunden auch Polizeidirektor, was ihn eine wichtige Rolle brachte, bis 1942 über solche Verfolgungsmaßnahmen zu entscheiden. Von ihm stammt die Aussage vom 13. Februar 1934, Zitat, Ich werde künftig sowohl gegen Betrunkene wie auch gegen Wirte, die sich gegen die gesetzlichen Vorschriften verfehlen, rücksichtslos einschreiten. Beide Teile haben neben der Einleitung eines Strafverfahrens unter Umständen Schutzaufnahme zu gewertigen. Das bedeutet, dass es ihnen quasi Menschen das Konstruktionslager in dem Fall androht, genau, eben bei missbräuchlichen Verwendung von Alkohol. Hier wird deutlich, wie schnell dieses erst mal politische Gegner gedachte Lagersystem ausgeweitet wurde. Außerdem war es so, dass die Ebene der Wohlfahrts- und Ämter sehr relativ wichtig ist. Also damit natürlich einmal der Bürgermeister wichtig ist, aber zum Beispiel auch der dafür zuständige Beigeordnete. In der Zeit war das Georg Schwäble, der ebenfalls auch SA-Mitglied war. Und er hatte zum Beispiel im Jahr 1935 sich folgendermaßen zu diesen Maßnahmen geäußert. Zitat. Im Nationalsozialisten Staat wird gegen asoziale Elemente mit harter Faust zugefasst. Sie haben es jahrelang verstanden, Arbeitsamt und Wohlfahrtsamt zum Besten zu halten. Ihre Verbringung ins Arbeitshaus Buttenhaus hat in der gesamten Ulmer Bevölkerung ein freudiges Echo gefunden. Wenn Sie Ihre Kräfte voll und ganz in den Dienst des dortigen Arbeitslagers stellen, werden Sie bestimmt Anerkennung Ihrer dortigen Vorgesetzten ernten und können doch gleichzeitig dem Arbeits- und Wohlfahrtsamt den Beweis erbringen, dass Sie nunmehr ehrlich bestrebt sind, ein brauchbares Krieg im Nationalsozialisten Staat zu werden. Hier deutet es schon darauf hin, dass das Begriff ehrlich, dass hier nicht das Verhalten allein entscheidend war, sondern dass hier eine willkürliche Beurteilung stattfand und Sie quasi gänzlich dieser Willkür ausgesetzt waren und dass das hier eine Propagandadarstellung dieser Maßnahmen ist. Außerdem ist ziemlich wichtig, die Ebene der Fürsorgerinnen und Fürsorger, die konkret vor Ort Kontakt hatten. Zum Beispiel Familienhelferinnen erstellten Gutachten, in denen sie dann mit Beurteilungen über Familien, die dann weitreichende Folgen haben könnten, fällten. Zum Zitat aus einem dieser Gutachten, durch die Fürsorge für die Familie erhielt das städtische Wohlfahrtsamt tieferen Einblick in ihre Verhältnisse. Was sie ihm zeigte, ist ein Beurot trostloser Verkommenheit. Die Eheleute erwiesen sich als völlig unfähig, den Haushalt zu führen und für die Kinder zu sorgen. Die beiden Eheleute sind als asozial in größtem Ausmaße zu betrachten, da beide Teile ein Verschulden an den an ihrer Familie bestehenden Zustand beizumessen ist. war gegen beide die Unterbringung in ein Arbeitshaus auszusprechen. Also die Botschaft war Verfolgung statt Hilfe, in dem Fall Vorgehen gegen die Armen und nicht gegen die Armut. Das verschärfte sich nochmal, als 1938 es zur Massenverhaftung im Reichsgebiet kam. Es war so, dass viele Zehntausende in der Zeit dann in Konstellationslager eingewiesen wurden. Das setzte eine Praxis fort, die wir erst jüngere Forschungen durch Jürger Hörert bestätigt haben, auch vorher schon vorbereitet wurde. Vorher gab es schon in Konstellationslagern Einweisungen für Menschen, die als jüngend asozial galten oder andere Kategorien der sozialen Kontrolle. Es ist so, dass Mitte der 1930er-Jahre in Konstellationslager schon, wie es in der Forschung heißt, gängige Waffen gegen gesellschaftliche Außenseiter geworden sind. Das trifft in dem Fall in einigen Fällen zum Beispiel auch auf das Konstellationslager Oberau-Kuhberg zu, zu dem es hier auch noch ein zeitgenössisches Bild gibt. Und dieses physologische Anstaltssystem erweitert sich durch diese KZ-Einweisungen erheblich. Dafür war ein wesentliches Instrument in dieser Zeit 1938 die sogenannte Vorbeugungshaft. Mit ihr verschob sich dann der Schwerpunkt weg von der Fürsorge hin auf die Polizei in der sogenannten asozialen Verfolgung. Dafür war die wesentliche Grundlage 1937 durch einen Erlass des Reichsinnenministers gelegt. Es war jetzt wirklich quasi vorbeugend, Menschen ohne eine konkrete Verfehlung auch leicht durch Polizeibehörden in Konstellationslager einzuweisen. Es war eine Phase, in der auch eine Arbeitsmobilisierung auf Reichsebene stattfand und es so war, dass jetzt die Reichsebene stärker hervortrat und die Fürsorge vor Ort noch eine wichtige Zuarbeit lieferte, aber hinter den Polizeibehörden zurück trat. Zwischen dem 21. und 30. April 1938 setzte sich das Instrument dieser Vorbeugungshaft noch nicht durch die Kriminalpolizei durch, aber es gab schon die erste Verhaftungswelle durch die Gestapo. Und diese ging nochmal auf den Erlass durch Heinrich Himmler, also wieder von der Reichsebene zurück. Und hier war es so, dass ungefähr 1.000, 500 bis 2.000 männliche Personen vorwiegendes Konstellationslager Buchenwald gesperrt wurden. Darunter auch den bereits erwähnten Albert Bernlöhr, der dann am 21. April 1938 von der Gestapo in die sogenannte Schutzhaft genommen wurde und ab dem 24. Mai im KZ Buchenwald inhaftiert war und dort in dem Arbeitskommando als Tischler tätig war. Und es war so, dass er dann 1942 wieder entlassen wurde. Im Juni folgte dann die große Welle durch die Kriminalpolizei, die Welle, die dann mehrere Zehntausende, unter ihnen auch viele Jüdinnen und Juden in Konstellationslager brachte, die sich sogenannte Aktionen, arbeitsscheureich nannte, so wie im April auch, und quasi sich gegen diese Gruppe richtete. Es ist so, dass dieses System der SS viele Personen für ihr Lagersystem als Arbeitskräfte brachte. An der Stelle ist noch das weitere Schicksal von Wilhelm Hummel zu erwähnen, der, wie vorhin erwähnt, in Buttenhausen eingewiesen war und dann 1941 im Konstellationslager Dachau war und 1942 in dem Lager verstarb. Wir sehen noch einen der wenigen Dokumente, die seine Anwesenheit dort belegen. Außerdem noch Eugen Grüner, der auch wegen, ursprünglich wegen Vergeschleudung von Unterstützungsgeldern ins Visier gerät und im Konstellationslager Mauthausen starb. Das bedeutet für das KZ-System eine erhebliche Expansion. Bis zum Kriegsbeginn stellten die sogenannten Assozialen ihnen eine relativ große Gruppe dar, weil sie durch fehlende Organisationen untereinander diesen Gruppencharakter erst durch die SS verliehen bekamen. Diese fehlende Zusammengehörigkeit vergrößerte das Leid der Häftlinge mit schwarzen Winkeln und mit DSS die sogenannte Assoziale kennzeichnet. Im Krieg setzte sich diese Entwicklung dann fort. Es war dann so, dass auch versucht wurde, ein gemeinschaftsfremdes Gesetz zu schaffen, was nochmal die Verfolgungsmöglichkeiten ausweiten sollte. Zudem war es so, dass viele weitere Möglichkeiten der Kriegszeit genutzt wurden, die jetzt vor allem zwei Gruppen auch noch traf, Jugendliche und Frauen, die der Prostitution verdächtigt wurden. Für Jugendliche wurden eigene sogenannte Jugendschutzlager, Jugendkonstrationslager eingerichtet und es wurden auch die Verfolgungsmaßnahmen gegen der Prostitutionverdächtige verschärft. Es war so, dass auch sehr stark auf die Arbeitsdisziplin geachtet wurde mit drakonischen Mitteln. Zum Beispiel war es so, dass neue Arbeitserziehungslager der Gestapo eingerichtet wurde. Und viele Personen, die auch unter diesem Stigma irgendwie ins Verfolgungsnetz kamen, gerieten auch in den Bereich der sogenannten Euthanasie-Morde. Wenn wir zum Beispiel in das Gedenkbuch zu den Ulmer-Euthanasie-Morde schaut, gibt es mehrere darin, die selbst auch mal als Assoziale verfolgt in Arbeitshäusern waren oder wegen zum Beispiel des Vorwurfs des Bettelins belangt wurden. Und dann zum Beispiel später in Grafenegg ermordet wurden. Ich möchte einem abschließend noch sagen, diese Verfolgung, die explizit das Leben der als Assozialstigmatisierte bedrohte, endete 1945, aber für viele Formen der Diskriminierung und der Repression gegen solche gesellschaftlich marginalisierte, galt dies freilich nicht. Die Arbeitshäuser schlossen beispielsweise vielfach nicht, sondern blieben in Betrieb. Die Sozialbehörden tummelten sich selbst auf der Leitungsebene weiterhin vielerorts gleiche Personen wie während des Krieges. Und diese Stigmatisierung macht es den Betroffenen kaum möglich, wenn sie überlebt haben, darüber zu sprechen. Darum ist ein sehr später Schritt im Jahr 2019 vollzogen worden, dass nachdem es kaum noch jemanden gibt aus dieser Gruppe, der zum Beispiel Entschädigungen beantragen könnte, nur wenige haben sie bekommen, hat 2019 der Deutsche Bundestag entschieden, sie auch offiziell als Opfergruppe anzuerkennen. Das ist aber nicht der Abschluss, eine Aufnahme in eine Erinnerungskultur, sondern erst der Anfang zu dieser Gruppe zu forschen und ihre Schicksale und Leidenswege sichtbar zu machen. Am Abschluss möchte ich hier noch eine Schweigeminute halten, eine Schweigeminute am Tag der Befreiung vom Konstantionslager, Vernichtungslager Auschwitz am 27. Januar für alle Opfer des Holocaust und für alle Opfer des Nationalsozialismus. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Ich möchte jetzt die Podiumsdiskussion beginnen und möchte dazu meine heutigen Podiumsdiskussionsteilnehmer ganz recht herzlich begrüßen. Ich möchte nochmals Herrn Oliver Geider begrüßen, den Historiker aus Berlin, dessen Vortrag wir eben gehört haben. Dann möchte ich begrüßen die Frau Iris Mann. Sie ist ihres Zeichens Bürgermeisterin in der Stadt Ulm für den Fachbereich Kultur, Soziales und Bildung. Und dann möchte ich ganz herzlich Frau Karin Ambacher begrüßen. Sie ist die Leiterin in Ulm vom DRK-Heim für Wohnungslose. Wir möchten heute Abend in der Podiumsdiskussion so ein bisschen ein Bild zeichnen, einen Bogenspannen von der Situation in der BRD in Deutschland, von der gesamtgesellschaftlichen Situation, das Herunterbrechen auf die Situation hier in Ulm in der Stadtgesellschaft und ganz konkret natürlich auch auf die Situation in dem Heim überleiten, das Frau Ambacher leitet. Zunächst einmal möchte ich das Wort an Herrn Geider richten. Sie haben ja in Ihrem Dissertationsprojekt sich sehr, sehr eingehend befasst mit dem Umgang mit hilfebedürftigen Menschen und sozial benachteiligten Menschen, beginnend von der Weimarer Republik über die Zeit von Nationalsozialismus bis in die heutige Zeit und haben damit einen sehr intensiven zeitlichen Längsschnitt gezeichnet, was Ausgrenzung, was Diskriminierung angeht. Jetzt ist meine Frage, können Sie eine gewisse Kontinuität bis heute feststellen im Umgang mit diesen Menschen, die ja eigentlich die meiste Unterstützung vom Kollektiv brauchen würden? Ja, ich muss auf der einen Seite natürlich sagen, es gibt große Veränderungen, in welche Bedrohungen, welche repressiven Mittel gegen Menschen eingesetzt werden. Klar ist 1945 das Lagersystem zu Ende gekommen, aber die Stigmatisierung setzte sich fort. Und diese Stigmatisierung ist etwas, was sich stark durchzieht. Das, was die Nationalsozialisten aufgegriffen haben, waren Bilder, Bilder, die teilweise Jahrhunderte alt schon sind, von Menschen, die Bette in die Wohnungslos sind. Und es sind auch Vorurteile, die sich weit darüber hinaus gehalten haben. Also wenn wir uns heute ja auch Statistiken dazu ansehen, wenn gefragt wird, wie viele Menschen, wenn wir Menschen der Aussage zustimmen würden, dass obdachlose Personen arbeitsscholl sein, kann es sein, dass auch durchaus 10% das bejahen oder dass zum Beispiel 20% in einzelnen Erhebungen sagen, Obdachlose sollen aus dem öffentlichen Stadtbild entfernt werden oder bei Langzeiterwerbslosen es teilweise bis zur Hälfte von Befragten unterstellt, dass sie sich genug um Arbeit bemühen würden, also in letzter Konsequenz faul sein. Das heißt, nach Ihrer Einschätzung, sehen Sie es so, dass der Wert eines menschlichen Daseins heutzutage immer noch bemessen wird an Parametern wie, was jemand für das Bruttosozialprodukt einbringt, den Ertrag von der Gesellschaft. Ist das bis heute dann so geblieben? Grundsätzlich spielt das heute immer noch eine Rolle, auch über die langzeitigen Entwicklungen hinweg. Es ist freilich nicht das starke Bild von diesen rassenbiologischen Vererbungslehren, das ist dann wirklich spezifisch dann auch eher für den Nationalsozialismus, aber dass quasi Menschen in ihrem Wert herabgesetzt werden, nur anhand zum Beispiel von Arbeitsleistung oder eben, dass immer wieder auch Diskussion aufkommt, dass Solidarität, dass Leistung vom Sozialstaat an Gegenleistung geknüpft ist, auch wenn es um das Mindeste geht, was für ein soziales, kulturelles Leben nötig ist, das zeigt immer noch Kontinuitäten, das zeigt immer noch Probleme, die weiter bestehen. Eine Frage, die mich ganz, ganz besonders interessieren würde, ist, jetzt sind Sie ja Vorsitzender von dem Fachausschuss Strategien gegen Rechts von der Berliner SPD und 2003 hat die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 ja ganz tief eingreifende Einschnitte gemacht und das Sozialsystem, die Sozialpolitik komplett verändert. Das ist bis heute sehr, sehr umstritten, nicht nur innerhalb der Partei, sondern auch in der Gesellschaft. Das flammt immer wieder auf an so Punkten, man fragt nach Nachbesserungen, man traut sich aber nicht so richtig ran. Also es ist bis heute noch kein stimmiges Bild, es ist bis heute immer noch eine Unzufriedenheit. Jetzt würde mich interessieren, ganz besonders, können Sie was sagen zum Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat oder was zu den Menschenbildern, die auch da dahinter stecken? Ja, dieses Beispiel dieser Agenda-Reform muss man ja auch in dem Fall sagen, passt da durchaus recht gut, weil es ist ja so auch, dass durchaus Faulheitsdebatten im Vorfeld ja stattfanden. Es gab um die Frage ein Recht auf Faulheit, was in der berühmten Schröder-Rede fiel oder andere Diskussionen um eine Diskussion um die sogenannten Florida-Roll, fies das damals, um quasi vermeintliches Problem der Faulheit, also dort bei den Personen die Schuld zu suchen und nicht die, die zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt liegen, ist etwas, was auf ein Problem hinweist, was schon viele Jahrzehnte, Jahrhunderte mit solchen Bildern und Motiven zu tun hat. Ich muss sagen, das besteht in keiner quasi Tradition zu irgendwie NS-Ideen, aber es weist auf ein Problem hin, wie mit dem Verständnis von Arbeit und mit einem Vorständen von Gegenleistung zum Beispiel für Hilfe in einem Sozialstaat umgegangen werden sollte. In dem Fall war es so, dass es auch noch vor meiner politisch aktiven Zeit war, weil ich dann erst mit meiner Volljährigkeit quasi mich da politisch engagiert habe, aber dezidiert auch, um daran was zu ändern, weil das muss im Nachhinein kritisch betrachtet werden und das ist nicht nur eine Diskussion innerhalb Parteien, es ist auch eine Diskussion bezogen auf unser Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat etwas gesagt zu diesen Reformen. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel bestimmte Punkte der Sanktionierung für verfassungswidrig erklärt, hat damit ein Urteil gesprochen, was darauf hinweist, dass es einfach irgendwo dann in dem Fall eine Grenze gibt, wo man Menschen nicht ihr Lebensnotwendigstes entziehen kann als strafendes Mittel. Können Sie aus Ihrer Einschätzung was dazu sagen, inwieweit, wie viel der Staat vom Einzelnen fordern kann tatsächlich, um seine Situation zu verbessern, was eine Gesellschaft auch fordern kann? Ich würde sagen, es geht um die Frage, um was es geht. Ich würde sagen, es gibt einen Bereich, und den muss es aus meiner Sicht geben, in einem Sozialstaatskonzept, der frei von solchen Forderungen ist. Es quasi als ein Menschen- und Grundrecht zu verstehen, dass ein Minimum einer sozialen, kulturellen Teilhabe für jeden gewährt werden muss, auch ohne eine Gegenleistung, ohne dann historische Konzepte wie eine Pflichtarbeit, sonst gibt es keine Hilfe, weil da würden wir sonst aus meiner Sicht in eine Krise auch für eine Demokratie geraten, wenn das nicht gesichert wird. Und dass das ein Bereich ist, also auch im Sinne des dem, was das Bundesverhassungsgericht gesagt hat, was es zu schützen gilt. Und das beruht auf einem Konzept von Solidarität, was wieder, glaube ich, besser erklärt werden muss, dass Solidarität eben nicht eine Gegenleistung verlangt. Und das ist zum Beispiel ein Begriff, wie muss sich Solidarität verdienen, irreführend ist. Können Sie vielleicht noch Beispiele sagen, wo die Gratwanderung stattfinden kann zwischen einer notwendigen Unterstützung oder aber da, wo man die Menschen in eine Abhängigkeit, in eine Unmündigkeit drängt? Nein, es ist, also klassisch wären das AG2-System durchaus eins, wo es unterschiedliche Beispiele davon gibt, also auch gerade in Krisen, vielleicht auch in Pandemien, wenn man Menschen quasi in Situationen bringt, dass sie bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Masken, die man zum eigenen Schutz braucht, nicht quasi zusätzlich unterstützt, dann hat man eine zusätzliche ausgrenzende Wirkung für diese Menschen und man hat zusätzlich noch den Effekt, dass man sich quasi das Armsein leisten können muss, weil bestimmte Dinge für einen kaum erschwinglich sind oder wenn man sie irgendwoher das Geld dafür besorgt, an anderer Stellen erhebliche Probleme hat, gesunde Ernährung etc. werden dann erfolgen, wenn man quasi das Geld da absparen müsste und da, würde ich sagen, ist noch Entwicklungspotenzial. Ja, der Meinung bin ich auch. Jetzt möchte ich sehr gerne, vielen Dank, jetzt möchte ich sehr gerne einen Bogen spannen und auf die Situation in Ulm zu sprechen kommen. Frau Mann, können Sie so, ich weiß, es ist schwierig, da manchmal Zahlen und Datenmaterial zu haben, aber können Sie so ein bisschen ein Bild zeichnen, wie die Situation hier in Ulm aussieht, wie viele Wohnungslose wir haben, wie viele vielleicht im letzten Jahr an Hilfsprojekte angedockt waren, wie viele Einrichtungen es gibt, die Unterstützung leisten können? Ja, ich kann zumindest mal versuchen, so ganz groben Bogen zu spannen. Wir haben keine ganz konkreten Zahlen, weil wir gar nicht hundertprozentig wissen, welche Menschen überhaupt bei dem Hilfesystem ankommen und welche, wie viele Menschen möglicherweise in einer ähnlichen Situation sind, die wir aber gar nicht zu sehen bekommen. Wir haben beispielsweise in den Tagesstätten von DRK und Caritas täglich so rund 30 bis 50 Personen, die dort vorbeikommen und nach Hilfe, um Hilfe ersuchen. Die überschneiden sich auch zu einem großen Teil, aber nicht vollständig. Und in Zeiten von Corona sind diese Tagesstätten leider geschlossen, müssen geschlossen sein. Und deswegen ist es natürlich noch mal schwieriger. Wir haben es tatsächlich da ja auch mit vielen Grauzonen zu tun. Und das kam im Vortrag von Professor Geider, glaube ich, auch ganz gut raus. Es sind einmal die tatsächlich wohnungslosen Menschen. Es sind aber auch, und da stellen wir leider eine größere Zunahme fest, Menschen, die kurzfristig ihren Wohnraum verlieren aus verschiedensten Gründen und die dann eben notfallmäßig irgendwo untergebracht werden müssen, die aber nicht eigentlich über den längeren Zeitraum auf der Straße leben oder gar leben möchten, also deren individuell gewähltes Schicksal das nicht ist, sondern die aus unterschiedlichen Gründen ihren Wohnraum verloren haben. Wir haben ein relativ ausgefächertes Hilfesystem. Und ich will es jetzt nicht überspannen, den Bogen und die Geduld der Zuhörerinnen und Zuhörer, aber es beginnt eben sozusagen an der Stelle, an der wir über die Schuldnerberatung mitbekommen, jemand ist von Wohnungsverlust bedroht. Und dass wir dort versuchen, schon bevor die Wohnung überhaupt nicht mehr zur Verfügung steht, einzugreifen und mit den Menschen und deren Vermietern gemeinsam Konzepte zu entwickeln, wie der Wohnraum erhalten werden kann. Das ist, finde ich, einer der wichtigsten und effektivsten Bausteine, um eben dramatische Karrieren, in Anführungsstrichen, schon mal vorzubeugen. Das hilft aber natürlich nicht immer und das hilft nur bei einer bestimmten Zielgruppe, das ist klar, aber es ist ein sehr wichtiger Baustein. Es gibt dann die klassischen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Da ist Frau Ambacher ja eine der tragenden Säulen. Das gibt es, wir haben das klassische Übernachtungsheim. Es gibt aber auch von der Caritas das sogenannte Aufnahmehaus und es gibt sozusagen Übergangswohnmöglichkeiten, wo man pädagogisch, sozialpädagogisch begleitet wird, mit dem Ziel eben möglichst bald wieder in eigenen Wohnraum zu kommen und auch, ich sage mal, von der persönlichen Konstitution her so aufgestellt zu sein, dass man eine Chance hat, dort zu bleiben. Wir haben beispielsweise ein Projekt, das heißt Drehscheibe Wohnraum. Da versuchen wir gezielt von Seiten der Stadt Wohnraum zu akquirieren von privaten Personen, die möglicherweise mal schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Mietern und sagen, ich habe es nicht nötig sozusagen, ich lasse meine Wohnung lieber leer stehen, wie mehr Ärger einzuhandeln. Dort gehen wir von Seiten der Stadt in Vorleistung, übernehmen bestimmte Garantien, dass die Miete gezahlt wird, dass die Menschen betreut werden, dass der Vermieter, die Vermieterin eine Ansprechperson hat, wenn irgendwas nicht klappt und so weiter, dass auch, falls was je zerstört werden würde, die Stadt, dass für die Reparatur aufkommt und solche Geschichten. Das ist ein kleiner Baustein, mit dem wir versuchen, dem angespannten Wohnungsmarkt hier zu begegnen und zu sagen, gerade diejenigen, die von alleine wenig Chancen haben, was zu finden, die wollen wir damit unterstützen. Und dann gibt es die ganz klassische Wohnungslosenhilfe mit ganz niedrigschwelligen Bausteinen, wie Erfrierungsschutz, wo eben Schlafsäcke ausgegeben werden, Isomatten ausgegeben werden und wo wir auch das Projekt Ulmer Nest seit letztem Jahr neu initiiert haben. Das ist wirklich nur ein Baustein im Erfrierungsschutz, eine Schlafkapsel, zwei Stück gibt es davon, die im öffentlichen Raum aufgestellt sind und die zumindest bei Witterungsverhältnissen wie diesen hier Schutz vor Schnee und vor Nässe bieten. Die sind nicht beheizt, aber ansonsten eben, es ist ein Witterungsschutz. Und das ist vor allem eine gute Möglichkeit für Menschen, die aus individuellen Gründen nicht in Gemeinschaftsunterkünfte gehen möchten oder können. Da gibt es einfach auch psychische Dispositionen, wo das schwer möglich ist. Oder die beispielsweise mit Hunden zusammenleben, da ist es auch immer schwierig in Gemeinschaftsunterkünften. Und für diese Menschen gibt es jetzt noch zusätzlich diese Möglichkeit. Das wird auch sozialpädagogisch betreut, also da kommt dann auch jemand vorbei am nächsten Morgen und schaut, ob alles gepasst hat, bietet auch weitergehende Hilfe an, sofern der oder diejenige noch angetroffen wird und schaut eben, dass alles dann auch wieder in einem ordentlichen Zustand ist für den nächsten Abend. Ja, das sind so die wesentlichen Bausteine. Es gibt auch noch betreutes Wohnen. Das ist vielleicht auch noch interessant für bestimmte Personengruppen ohne festen Wohnraum, beispielsweise für Frauen. Da haben wir ein Aufnahmehaus in Wieblingen. Oder für junge Menschen, die keinen Wohnraum haben bis zum 27. Lebensjahr. Da haben wir ein eigenes Projekt jetzt seit, ich glaube, drei Jahren, toi, 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 in einem Gebäude am Weyermannweg einrichten können. Können Sie bei den Wohnungslosen, die aktuell in der Stadt Ulm sind, sagen, ob die aus der Stadt Ulm sind oder ob die von anderswo hierher gekommen sind? Ja, das wissen wir schon. Also es gibt einen guten Teil, der direkt außer der Stadt kommt. Es gibt aber auch Zuzüge, in Anführungsstrichen, überwiegend aus den benachbarten Landkreisen, aus dem Alp-Donau-Kreis, aus dem Landkreis Neu-Ulm beispielsweise und aus dem Landkreis Heidenheim. Und das hängt einfach damit zusammen, dass diese Menschen auch immer wieder eher die Anonymität suchen und es einfach in der Großstadt einfacher ist, so zu leben wie in der Kleinstadt oder auf dem Dorf. Es ist weniger persönlich und man hat natürlich auch mehr Möglichkeiten im Hilfesystem irgendwo Fuß zu fassen. Und können Sie was sagen, wie hoch der Frauenanteil ist? Ja, der offizielle Frauenanteil ist relativ niedrig. Ich sage mal, der überwiegende Teil war bis, ich sage mal, vor zwei, drei Jahren männlich und über 50. Wir haben jetzt zunehmend, ich vermute, Frau Ambacher wird es bestätigen können, auch jüngere Personen, auch Frauen, wobei wir davon ausgehen, dass die Dunkelziffer der Frauen, die keinen Wohnraum haben, die uns aber nicht bekannt sind, wahrscheinlich relativ hoch ist. Also es gibt ja auch entsprechende Studien dazu, dass eben Frauen häufig doch noch Möglichkeiten suchen, eben bei, ich sage jetzt mal im positiven Sinne, Freunden und Bekannten unterzukommen, bis hin zu unfreiwilliger Prostitution und Ähnlichem. Das gibt es auch in Ulm. Ich habe gehört oder gelesen, dass in anderen Städten das teilweise so gemacht wird, dass leer stehende Hostels oder Hotels zur Verfügung gestellt werden für Wohnungslose. Gibt es das in Ulm auch? Das gibt es in Ulm nicht, weil wir andere Unterbringungsmöglichkeiten haben. Die Hostels stehen ja auch nur jetzt leer und sobald man wieder regulär dort übernachten kann, nicht. Aber unsere Klientel, die gibt es auch nach Corona noch. Leider gehe ich davon aus und deswegen helfen uns Hostels nicht wirklich weiter. Wir sind in einem regen Austausch, die Abteilung Soziales mit der Frau Ambacher, beispielsweise, was den Bedarf angeht. Wir haben weitere Ausweichquartiere, sollte das Übernachtungsheim nicht ausreichen. Oder auch wenn wir beispielsweise Corona-Quarantäne-Plätze oder Indexpersonen, Plätze für Kontaktpersonen brauchen, da haben wir ein System aufgebaut, das aber nicht auf Hostels fußt. Und in Einzelfällen gibt es das mal. Beispielsweise an Weihnachten hatten wir gerade auch so eine Situation gehabt und da wurden dann auch drei Personen mindestens in einem Hotel kurzfristig untergebracht, weil das über Weihnachten einfach auch eine gute, dachten wir, eine gute Möglichkeit ist. Nach Ihrer persönlichen Einschätzung, ich weiß, das ist wahrscheinlich schwierig und Sie können vielleicht nur einen ganz kleinen Ausschnitt präsentieren, aber wie ist es in Ihrer persönlichen Wahrnehmung, wie werden wohnungslose oder so hilfsbedürftige Menschen oder Menschen, die einfach nicht arbeiten, nicht arbeiten können, die nichts für die Gesellschaft beitragen, wie werden denn die aktuell in Ulm so in der Stadtgeschichte wahrgenommen? Oder können Sie vielleicht irgendwas sagen, ob sich da etwas verändert hat mit den Jahren? Ja gut, in dem Zeitraum, den ich überblicken kann, sagen wir es mal so, hat sich, glaube ich, schon eine größere Toleranz entwickelt. Da widerspreche ich jetzt dem Herrn Geider ein bisschen. Ich glaube aber, dass das eine sehr fragile Angelegenheit ist und dass diese Ruhe an der Stelle viel damit zu tun hat, dass wir jetzt eine lange Zeit der wirtschaftlich sehr guten Situation hatten und haben, sodass diese Themen nicht so sehr im Fokus sind. Man sieht aber sehr schnell und an vielen Stellen, dass es die von Herrn Geider auch zu Recht genannten Stereotype nach wie vor gibt. Die sind nach wie vor sehr tief verankert. Sie sind in meiner Wahrnehmung nicht mehr ausschließlich auf den Bereich der Wohnungslosen bezogen, sondern es verschiebt sich so ein bisschen. Die Argumente, die arbeiten nichts, die haben zu viele Kinder, Überfremdung, da wächst was nach, was sozusagen nicht unserem Produktivitätsstandard entspricht, etc. pp. Diese ganzen Themen gibt es ja noch, die werden aber aktuell von bestimmten politischen Strömungen eher unterschiedlichen Zielgruppen zugeschrieben. Also die einen Vorurteile oder die einen Stereotypen werden eher eben im Bereich des Rassismus wiedergefunden und die anderen werden eher im Bereich jetzt Hartz-IV-Empfänger wieder auftauchen. Und wir sehen ja, glaube ich, alle, wenn man sich in den Medien umschaut, in einer großen Bandbreite oder auch im Internet, dass da unter der Oberfläche schon sehr viel brodelt. Und ich mache mir da keine großartigen Illusionen. Wenn es uns wirtschaftlich schlechter geht, dann werden wir mit diesen Themen sehr, sehr schnell auch wieder zu tun haben. In der politischen Wahrnehmung hat sich, glaube ich, viel verändert. Das muss man der Vollständigkeit halber vielleicht dazu sagen. Da ist sehr viel mehr Bewusstsein da. Und ich finde, das sieht man an so ganz kleinen Bausteinen wie, wenn ich mir jetzt die aktuelle Impfstrategie des Bundes beispielsweise anschaue, da stehen die Wohnungslosen sehr, sehr weit oben. Also im Grunde direkt nach den Hochaltrigen und den Pflegekräften. Lange vor Ihnen und mir. Und das ist ja auch gut. Also da habe ich das Gefühl, da ist ein Bewusstsein für diese Zielgruppen auf jeden Fall da, dass es, glaube ich, jetzt vor 50 Jahren noch nicht so gegeben hätte. Jetzt beschäftigt uns natürlich sehr die Corona-Pandemie seit dem letzten Jahr. Und überall in der öffentlichen Finanzierung ist zu erwarten, dass Gelder sehr, sehr zurückgehen. Können Sie irgendwas vielleicht schon sagen, wie sich in Zukunft die Situation, die finanzielle Situation für Angebote für wohnungslose und hilfebedürftige Menschen hier vor allem in der Stadt Ulm entwickeln könnte? Ja, das ist im Moment tatsächlich noch Kaffeesatzlesen, sage ich jetzt mal. Die ganz grundlegenden Dinge sind gesetzlich verankert. Also es wird ein Minimum, so wie Sie immer gesagt haben, es wird ein Minimum an Hilfen immer geben. Und es gibt aber natürlich einen ganzen Blumenstrauß an freiwilligen Aufgaben, von dem ich jetzt ja auch einen Teil hier vorgestellt habe. Und wir sind aktuell aufgefordert, natürlich sehr kritisch auch unsere Angebotspalette zu überprüfen. Das war schon vor Corona der Fall, weil die kommunalen Finanzen eben zunehmend auch enger werden. Und da wird kein Angebot außen vor bleiben. Trotzdem glaube ich, dass wir hier nicht mit großen Einschnitten zu rechnen haben, Stand heute. Sondern dass wir es schaffen können, mit kleineren Verschiebungen und mit vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch stärkerer Kooperation, das zu tun, was wir tun müssen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Dankeschön. Frau Ambacher. Darf ich Sie fragen, würden Sie vielleicht kurz ein bisschen darstellen, was über Ihre Einrichtung erzählen? Also zum Beispiel, wie viele wohnungslose Menschen bei Ihnen in der Einrichtung Platz finden? So ganz praktische Dinge auch, ob es Angebote für Paare gibt, ob Wohnungslose überhaupt paarweise unterwegs sind, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Ob Tiere bei Ihnen in der Einrichtung sein dürfen? Können Sie da ein bisschen uns was darüber erzählen? Also unser Haus ist ein relativ kleines Übernachtungsheim im Verhältnis zu größeren Städten. Da sind wesentlich mehr Betten vorhanden. Das Haus bietet 28 Übernachtungsplätze für Übernachter. Dazu haben wir noch vier Plätze für Frauen und vier Plätze für kranke Wohnungslose. Wir haben für Tiere keine Möglichkeiten, das hat damit was zu tun, dass wir relativ große Schlafräume haben. Und Tiere und große Schlafräume, das ist nicht so angesagt. Und für Paare gibt es leider auch keine Möglichkeit. Wobei, da gibt es ein paar Heime, wo man weiß, wenn ein Paar käme, wo man dann einfach hinverweisen kann und sagen, geht doch bitte dahin, wir können es leider nicht machen. Die Grundaufgabe unseres Hauses ist in allererster Linie erst mal die Sicherung der Grundbedürfnisse. Da geht es also wirklich um Wärme, Schlafen, Essen, Hygiene und ein ganz, ganz bisschen um Teilhabe. Wir haben Fernseher, wir haben Tageszeitung. Und also in früheren Zeiten einfach auch so ein bisschen eine gesellschaftliche Plattform durch die Tagesstätte, wo sich Menschen einfach auch begegnen können, sprechen können, miteinander spielen können. Also solche Sachen. Das ist natürlich jetzt Corona-bedingt alles eingeschlafen beziehungsweise überhaupt nicht möglich. Also das ist ja schade, aber so ist es. Also wir sind auf sehr einfachstem Niveau so die Sicherung der Grundbedürfnisse, damit die Leute nicht auf der Straße sein müssen, auch nicht im Winter, auch nicht im Sommer und Schutz vor allem Unbillen des Wetters und des Klimas haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihr Haus sehr, sehr frequentiert ist. Also gibt es da so etwas wie eine Warteliste oder finden immer alle Personen, die bei Ihnen an die Türe klopfen, finden die Platz oder wie können wir uns das vorstellen? Also unser Haus ist nicht überfrequentiert, wobei ich da immer sehr, sehr dankbar bin für, da wir so im Durchschnitt eine 70-prozentige Belegung haben. Das heißt aber im Zehnbettzimmer eine 100-Prozent-Belegung heißt zehn Männer in einem Zimmer, 70 Prozent heißt sieben Männer in einem Zimmer. Und jeder, der schon mal in der Berghütte war und übernachtet hat, der weiß den Unterschied zwischen einem vollen Schlafsaal und einem weniger belegten Schlafsaal und wenn man sich dann auch vergegenwärtigt, dass die Leute oft längere Zeit bei uns verbleiben, weil es leider so wenig Möglichkeiten gibt, Leute in Wohnraum zu vermitteln. Die Frau Mann hat schon gesagt, diese angespannte Wohnraumsituation merken wir hier in der Wohnungslosenhilfe extrem. Dann ist es natürlich angenehmer, wenn die Leute eben bloß zu siebt in diesen Schlafräumen sind, als zu zehnt. Wie lange ist es denn möglich? Wie viele Nächte dürfen Wohnungslose bei Ihnen am Stück in der Einrichtung sein? Oder gibt es überhaupt eine Begrenzung? Es gibt keine offizielle Begrenzung. Das wäre auch völlig kontraproduktiv, weil wir ja auch wirklich, sage ich jetzt mal, zu 60 Prozent, 70 Prozent mit Ulmern zu tun haben. Also Menschen, die in Ulm aus den unterschiedlichsten Gründen die Wohnung verloren haben. Und wenn ich die letzte Anlaufstelle bin, dann kann ich nicht sagen, du darfst jetzt zwei Wochen bleiben und dann musst du mal gucken, wie es weitergeht. Sondern es ist leider auch so, das empfinden wir auch nicht als unbedingt positiv, dass die Menschen ja quasi schon lange Zeit bei uns sind. Wie gesagt, weil sich die letzten Jahre die Wohnungsmarktsituation drastisch verschlechtert hat. Das behaupte ich jetzt einfach drastisch. Insbesondere für eine Zielgruppe, die einfach angewiesen ist auf diese öffentlichen Gelder und die Mietobergrenzen, die vom Jobcenter bezahlt werden, weiß Gott nicht mehr mit der Realität was zu tun haben. Und die vielleicht auch aufgrund ihrer Biografie mit Mietschulden belastet sind und deswegen auch ganz, ganz schlecht zu vermitteln sind. Können Sie vielleicht mal so ganz knapp skizzieren, wie Wege in die Wohnungslosigkeit aussehen können? Also, das ist jetzt wie aus dem klassischen Lehrbuch der Sozialarbeit. Das ist aber so, dass einfach schon, sage ich einmal, 60, 70 Prozent der Menschen, wenn man mit denen zu tun hat und ihre Biografien mitkriegt, schon von vornherein so schlechte Startmöglichkeiten hatten. Also, da sind dabei also prekäre Lebensverhältnisse von Anfang an dysfunktionale Familien, Heimkinder, Kinder, die von einer Pflegefamilie in die nächste gerutscht sind. Wenn man dann nachschaut, dann sind die Eltern schon häufig mit irgendwelchen solchen Sachen belastet und diese Kinder kriegen oft auch sehr wenig Ressourcen mit, um mit Krisen, mit Schwierigkeiten umzugehen. Und so ein ganz klassisches Beispiel, sage ich immer, ist ein junges Mädchen, die jetzt sich endlich schwanger ist und sich vorstellt, sie macht jetzt alles besser wie ihre Mutter und sie hat jetzt auch den Mann ihres Lebens gefunden, hat aber eigentlich gar keine Vorstellung, was auf sie zukommt und hat überhaupt wenig soziales Netz, das sie stützen könnte bei irgendwelchen Schwierigkeiten. Und da ist dann häufig auch so, also es ist wirklich leider häufig so, dass es über kurz oder lang einfach Schwierigkeiten gibt und die Frauen dann auch ihre Kinder abgeben müssen, weil sie einfach von der Situation und von ihrer eigenen Lebenssituation überfordert sind. Und das kränkt natürlich eine junge Frau unglaublich und macht es sehr, sehr schwierig und bestärkt sie eigentlich in dem, was sie schon als Kind erfahren hat, dass sie ja sowieso irgendwie nie eine Chance kriegt. Und ich würde wirklich behaupten, dass 60 bis 70 Prozent eben aus solchen Verhältnissen kommen und es gibt aber auch auffallend viele Menschen, die aufgrund von psychischen Belastungen, psychischen Störungen oder gar psychischen Erkrankungen in diese Situation kommen. Sie haben es ja schon kurz angerissen, aber wie ist die Situation von Frauen? Frauen, stelle ich mir vor oder habe ich auch kennengelernt, sind ja, für die ist es oftmals viel, viel schwieriger, wohnungslos zu leben, auf der Straße zu leben. Wie sieht es da aus? Also ich muss sagen, klassischerweise ist es tendenziell so, dass, das macht es auch schwierig mit den Zahlen, da muss ich der Frau Mann recht geben, insbesondere junge Frauen, aber auch junge Männer, einfach erstmal überhaupt nicht auftauchen in der wohnungslosen Hilfe, sondern da wohnt man dann noch beim Freund und dann wohnt man beim nächsten Freund und dann nochmal beim Freund und da hangelt es sich so durch. Und wenn man dann alle Freunde durch hat und irgendwo mit allen verkracht ist am Ende, dann tauchen die eventuell bei uns auf oder man sucht irgendwie andere Möglichkeiten. Während ältere Frauen, die jetzt zum Beispiel auch nicht eine Beziehung eingehen wollen, können mehr, dann schon eher in dieser wohnungslosen Hilfe auftauchen und dort einfach Unterstützung und Hilfe suchen. Wie viele von den Wohnungslosen, die bei Ihnen aufschlagen, suchen einen dauerhaften Weg aus der Wohnungslosigkeit raus? Ich würde mal behaupten, dass der Großteil der Menschen nicht unbedingt selbst gewählt wohnungslos ist. Wenn man natürlich lange Zeit wohnungslos ist und einfach in dieser sehr, ich sage jetzt prekären Lebenssituation ist und über relativ wenig, wie soll ich sagen, lebenskraftpositiven Denken und diese ganzen Dinge verfügt, dann arrangiert man sich irgendwann mal mit dieser Situation und hört auf zu kämpfen und hört auf, Dinge zu tun, dass sich das verändern, sondern versucht, sich in irgendeiner Form einzurichten. Und je länger dieser Prozess geht, desto schwieriger ist es auch, diesen Prozess durch einen Sozialarbeiter oder sonst wie rückgängig zu machen. Und ich denke, das habe ich wirklich auch überlegt, dass ich wahrscheinlich fast alle glücklich machen könnte, wenn ich ihnen eine kleine Wohnmöglichkeit, nichts Besonderes anbieten könnte, wo sie die Türe hinter sich zumachen können und sagen, das ist meins. Weil genau das ist das, was ich auch immer am allerschlimmsten für die Leute empfinde, dass es in einem Übernachtungsheim oder in einer Gemeinschaftsunterkunft eigentlich keine Privatheit gibt. Es gibt keine Privatheit, ich bin in einem großen Schlafraum, ich bin immer im Aufenthaltsraum, ich bin immer mit Menschen zusammen und das Einzige, was ich machen kann, damit ich Privatheit habe, ist, dass ich irgendwo spazieren gehe und bin aber dann eventuell, manche sieht man es ja auch an, sofort wieder offen und werde auch erkannt als Wohnungslose und habe eigentlich wieder ein Stück weit Privatheit verloren, weil ich dann natürlich schon wieder in das Schema falle. Also ich glaube, das ist mit das Schwierigste an dieser Lebenssituation, was die Leute so erleben. Können Sie was dazu sagen, wie die Corona-Pandemie jetzt die Situation von den Wohnungslosen verschlechtert, beeinträchtigt hat, in ihrer Einrichtung oder insgesamt, weil ja jetzt gerade auch aktuell so positive, schöne Sachen wie die Vesperkirche ja auch nur in eingeschränktem Modus stattfinden können? Also ich denke, es ist für die Menschen eine ganz schwierige Situation, da auch die so ihre Lebensformen gefunden haben, dass man mal dahin geht zu Caritas zum Kaffee trinken, dass man mal in der Bahnhofsmission vorbeigeht und da mal redet mit den Leuten, dass man sich trifft irgendwo, ja. Und diese Angebote, die es alles so gab, also diese kleinen Unterstützungen, diese kleine Form der Teilhabe, findet im Moment nicht mehr statt, kann nicht mehr stattfinden. Dazu kommt einfach auch, dass im Grunde genommen alles Corona-bedingt auch ganz wenig Beratung stattfindet. Vermittlung im Wohnraum findet gar nicht statt im Moment. Und für die Leute, die tatsächlich noch unterwegs sind, ja, die gibt es ja ab und zu auch noch, für die ist die Situation unglaublich schwierig, weil wenn, ich weiß es, dass es Einrichtungen gibt, die gar niemanden mehr aufnehmen. Ich weiß es, dass es Einrichtungen gibt, die einen Corona-Test wollen, einen aktuellen, ja, und den krieg mal so einfach, wenn du überhaupt keinen Haushalt hast. Und, oder so wie es in Ulm gehandhabt wird, das finde ich übrigens ganz, ganz toll, dass wir jeden Abend einen Corona-Test machen, also alle Bewohner des Hauses werden getestet, sodass die Bewohner auch die Sicherheit haben, dass sie relativ geschützt sind und wenn es ein Neuankömmling ist, dass wir sagen können, du musst halt da sein und wenn du negativ bist, kannst du auch kommen. Aber insgesamt hat sich natürlich auch für die Menschen das total verschlechtert, also die Lebensqualität, wie wir es eigentlich alle erleben und ich denke auch, was ich ganz extrem erlebe, ist, dass die auch sehr große Sorge haben, krank zu werden. Vielleicht sogar wer wie wir. Können Sie vielleicht eine Einschätzung oder eine Vision oder einen Wunsch vielleicht sogar sagen, also wie vielleicht das passieren könnte, dass die Corona-Situation es irgendwie möglich macht, in Zukunft Verbesserungen für Wohnungslose irgendwie machen zu können, dass sich irgendwas zum Positiven verändern könnte, dass man irgendwie neue Wege denken könnte? Also das fällt mir jetzt schwer. Also ich muss jetzt erst mal ganz positiv anmerken, dass wir eine unglaubliche Welle an Hilfsbereitschaft erlebt haben. Also es kam unheimlich viele Leute, die gesagt haben, wir möchten spenden, wir möchten für die Ulmer Tafel spenden, das ist ja unser Essensangebot, weil wir im Moment auch Corona-bedingt kein Geld mehr nehmen, was wir vorher immer, also einen Mini-Beitrag genommen haben, und es geht einfach organisatorisch gerade überhaupt nicht mehr. Wir haben ganz, ganz viele Anfragen gehabt zum Thema Ehrenamt, ob man irgendwas tun kann, was natürlich ganz blöd ist, weil im Moment haben wir nur sehr eingeschränkte Angebote dafür, ja, und ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele Menschen sich Gedanken machen, wie geht es denn jetzt dieser Personengruppe oder wie geht es den Armen überhaupt, ja, und das ist sehr positiv, aber ich schließe mich da der Frau Mann an, ich habe große Sorge, wirklich große Sorge, dass wenn die wirtschaftliche Situation schlechter wird, dass natürlich ein Teil dieser, ja, wie soll ich sagen, Anteilnahme und Solidarität verloren geht, und ich habe auch ein bisschen Sorge bei der Stadt Ulm, was denn so aufgrund der wirtschaftlichen Situation, auch mir ist klar, dass die Stadt Ulm da wesentlich weniger Einnahmen hat wie früher, was denn da tatsächlich auf die Wohnungslosenhilfe zukommt, aber das ist sicher noch Kaffeesatz lesen, da müssen wir noch reden. Jetzt haben wir ja heute Abend uns auch zum Thema gemacht, die Situation zu beleuchten, Auswege aus der Wohnungslosigkeit und ich erinnere mich, wir haben gestern ein Vorgespräch gehabt und was mir wirklich sehr im Herzen geblieben ist oder was mir sehr gut gefallen hat, ich würde Sie jetzt einfach noch mal bitten, weil mir sind Menschenbilder auch immer total wichtig, ich würde Sie jetzt einfach noch mal bitten, noch mal was dazu zu sagen über die Fähigkeiten oder über die Würde, die jeder Mensch hat oder auch die Wohnungslosen haben und über die Fähigkeiten, die die Menschen durch ihr Leben in der Wohnungslosigkeit erworben haben, also Fähigkeiten, die wir, da sind wir gestern Abend im Vorgespräch draufgekommen, die wir eigentlich so gar nicht haben, wenn Sie da bitte noch was dazu sagen dürften. Also Anlass war ja das, wo es ging um die typischen Eigenschaften von Wohnungslosen, wo ich gesagt habe, das möchte ich eigentlich gar nicht so typisch, weil das passt so ein bisschen in diese Richtung. Natürlich bestimmte Problemlagen sind sehr deutlich und treten häufig auf, sind ja auch mit Ursache der ganzen Geschichte, aber was einfach ganz wichtig ist, es ist zum einen, jeder von denen hat eine Persönlichkeit und wenn man sich dann mal unterhält oder wir haben letzte Woche Fernsehen da, die waren da und dann haben sie ein Interview mit einem Klienten gehalten, wo ich gesagt habe, der ist ja richtig clever, der also eine relativ klare Analyse seiner Situation so abgeben konnte und sehr reflektiert war und ich hatte mit dem jetzt noch nie so intensiv zu tun, also wo man dann immer wieder total überrascht ist, was da an Substanzen dahinter ist oder ein anderes Beispiel von einer Dame, mit der habe ich erst vor kurzem geredet und habe ja auch gesagt, ich habe auch Hochachtung vor ihrer Fähigkeit, dass eine Dame ist noch unterwegs, wie sie ihr Leben organisiert und wie sie es schafft, seit Jahren in dieser Wohnungslosigkeit trotzdem fit zu bleiben, gesund zu bleiben und auch mit gewissem Charme sich so durchschlängelt, wo ich gesagt habe, also wenn ich auf der Straße wäre, ich könnte das sicher nicht so, sondern das sind wirklich auch Strategien, Überlebensstrategien, die dann einzelne Leute entwickeln, wo man auch sagen muss, die haben Qualitäten, die man eben genau, wenn man sie nicht kennt, diese Menschen und typisiert, sich gar nicht vorstellen kann und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, auch wenn man immer sagt, ja die kommen aus schlechten Verhältnissen oder so, die Lebensverhältnisse prägen einen Menschen, kein Mensch kommt als Wohnungsloser auf die Welt, sondern es sind einfach immer die Bedingungen, die Menschen dann ein Stück weit so schwächen, dass sie halt bestimmte Dinge, die unsere Leistungsgesellschaft so erwartet und tut, nicht machen können, aber deswegen haben sie trotzdem oft sehr viele Fähigkeiten und Charme und Witz und ja, Persönlichkeit, ich weiß nicht, wie es anders ausdrücken soll. Dankeschön, das war wunderbar, wirklich wunderbar und es war mir jetzt wichtig, dass wir das sozusagen als Abschluss von diesem Abend mitnehmen und raus transportieren. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für die interessante Diskussion, für das interessante Gespräch bei allen Teilnehmern bedanken. Ich möchte mich bei unseren Zuschauern im Livestream ganz herzlich bedanken und ich wünsche noch einen schönen Abend. Bitte bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Dankeschön. Ich möchte Untertitelung des ZDF, 2020